Guten Morgen Leute! Heute ist der Tag, an dem wir unseren Hans noch mal richtig waschen lassen, soweit vorbereitet haben, dass er morgen versteigert werden kann und wir hoffen natürlich, dass ein ordentlicher Erlös erzielt wird, um hier den Leuten zu helfen. Dafür wird das Geld verwendet. Damit werden hier verschiedene Projekte angeschoben mit den Mitteln, die wir heute besichtigen werden. Da kommen dann zwischendurch vielleicht noch ein paar Fotos, ein paar Videos. Ja, ansonsten haben wir heute die Mitbringsel, die ihr für uns gesammelt habt, die wir eingesammelt haben, abgegeben in der Schule. Es war eine Koranschule. Wir wurden sehr, sehr herzlich empfangen. Die Leute waren total nett. Wir haben zusammen noch gebetet. War für uns natürlich ein bisschen komisch, aber es war total lieb von den Leuten. Wir waren total aufgeschlossen, haben uns in die Arme genommen und ja, guckt euch die Bilder an. Es war wirklich richtig toll gewesen. Alles klar, ansonsten wird jetzt langsam, wir haben die letzten paar Tage eingeleitet und ja, dann geht es am achten wieder zurück in die Heimat mit sehr, sehr vielen Eindrücken, die wir hier mitgenommen haben. Also dann, tschüss, bis bald! ... ... ... Die Kugeln ist so hoch. Die Kugeln ist so hoch. Das ist so hoch. Nein, nein. Okay. Okay. Marcel, du drückst wieder die Schulbank. Ja, machst du ein Video? Wir machen mal alles zusammen. Hey! Okay! 80 Uhr! 100 Uhr! 100 Uhr! 100 Uhr! 100 Uhr! 100 Uhr! 56 Uhr! 150 Uhr! лекego und darauf gegangen ist of an der viele Blumeline Musik Musik Musik